Der sagt ja wohl, wenn er an Luna, da kommt diese Kloskruppe. Hallihallo! Willkommen zu einer neuen Folge von Spaß. Wir haben hier ein paar hübsche Mädels. Wer verrät mir, wie ihr heißt? Code Black. Code Black. Wie alt seid ihr alle ungefähr? Lisa. Ich bin 17. Ich glaub, du bist die Älteste, ne? Ja. Ja, die anderen sind zwischen 15 und 16. Wie heißt ihr? Code Black! Michelle? Hat jemand einen Schuh verloren? Ja. Ich hab's auch gesehen. Also auf einmal einfach... Helmke, hier, was willst du... Hallo! Ähm, ja? Wie ist es dazu gekommen? Ähm, da ist jemand draufgetreten und dann... Oh! Dann ist der halt... Wer ist da draufgetreten? Boah, ich disse mich gleich selber. Habt ihr euch gut vorbereitet gefühlt? Nein! Nein! Ich weiß, es tut mir leid. Wann habt ihr die Koro fertig gemacht? Gestern, genau. Heute, okay. Noch besser. Perfekt. Wer war heute pünktlich? 10 Minuten früher? Ja, liegt an Jana. Bin ich allein gekommen, wäre so eine Stunde später. Jetzt zurück zum Wheel Talk. Wheel Talk. Ich hab was! Ich hab was! Ich hab mitbekommen, dass ihr auch einen Instagram-Account habt. Wollt ihr den mal ein bisschen pushen? Ja! Wie heißt der denn? Code Black No Wings. Code Black No Wings. Code Black No Wings. Code Black No Wings. C-O-D-E-B-L-A-C-K-N-O-W-I-N-G-S. Das hat sie nicht gesagt. Das hat sie nicht gesagt. Das hat sie nicht gesagt. That's what she said. Wie lange tanzt ihr schon? Caro! Ist die neueste? Unser Jüngling. Seit sechs Wochen oder so. Sonst irgendwas cooles? Will jemand irgendwas erzählen, irgendwas loswerden? Ich hab eins. Das ist gebrannt. Alex Schnöße hat mir gebrannt. Also wir wollten eigentlich zu Lidl gehen und jetzt können wir das nicht mehr. Also wenn die morgen krank sind, Kamera einmal umdrehen auf diesen Typen da. Da! Der Übeltäter. Sehr gut. Nooooo! Schneidet er das raus? Nein. Weh, du schneidest das raus! C-Lin, Josi braucht mich für Tante Rita zum Tanzen. Oh mein Gott, den haben wir gar nicht getanzt heute übrigens. Das fehlt. Das fehlt, ey. Voll traurig. Spaß. Wo ist Dilan? Ist so, wo ist Dilan? Jesus! Wo ist Dilan? Wo ist Dilan? Wo ist Dilan? Wo ist Dilan? Hello! Senorita! Hello! Warum bist du nicht hier, Dilan? Wer ist da? Oh mein Gott! Stopp! Stopp! Du bist GroßTV natürlich! Du bist gerade live! Oh echt? Oh mein Gott, bin ich live! Oh mein Gott! Spaß machen! Das musst du mal eben kurz erklären, warum du nicht da bist. Weil wir gleich Besuch bekommen, deswegen konnte ich leider nicht. aus dem Haus. Möchtest du irgendwen grüßen? Möchtest du deinen Besuch grüßen? Das ist kalt. Hä? Nein! Hä? Was ist das kalt? Du unsoziales Kind! Grüße nicht! Grüße dich! Ich grüße alle, die da gerade teilnehmen. Die ganze No Wings-Fan. Tschüssi! Viel Spaß noch! Ciao! So Leute. Ich hab eigentlich gar keine Ahnung, was ich hier mache. Ich auch nicht. Das ist das, was ich am besten kann, planlos durch die Gegend. Schon wieder ich. Jetzt kann sie trotzdem mal irgendwie hinkommen, bitte. Hallo und herzlich willkommen Jules! Hallo! Hallo Jules! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, dieser Geruch! Hey, habt ihr den Kuchen gegessen? Nein! Das war der leckerste Kuchen, den ich hier in meinem Leben gegessen habe. Oh mein Gott! Welcher von den Zitter? Props an alle Damen, die da mitgeholfen haben. Wir haben zwei gegessen und die waren beide. Das ist sehr, sehr geil und die sahen alle sehr lecker aus. Wieso? Ich weiß von nichts. Äh, ich bin heute mal aus... Lauf Tempo! Lauf Forest! Lauf! Jetzt, jetzt, jetzt komm hier hin. Und wie lange tanzt du schon? Gute Frage. Äh, seit Februar. Also nicht lange. Ich bin ganz neu frisch. An den Knöcheln sind die scheiße. Halt mal bitte. Vivian, unterhalten mal. Guten Tag. Favorisieren, abonnieren, ähm, teilen nicht vergessen und einen Daumen... Wie sind die Mädels von Ace? Ciao, ich geh ins Bett. Oh Mann! 3, 2, 1! Achso. Brav. Mira'n internships auf mehr militar. 2, 1. 5, 5, 3. 5, 5, 6 Prom? 1, 2, 2. 1, 2, 3éric sind. Vielen Dank.